Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 8 und zum Thema Generics. Das Thema Generics ist so fundamental für das ganze Übungsblatt, dass es zwar kaum erwähnt, aber dafür überall mitgedacht wird. Auch in der Klausur werden Ihnen Generics begegnen, zum Beispiel in der Frühjahrsklausur 2020, in diesen drei Teilaufgaben oder in diesen beiden Teilaufgaben oder auch in dieser Teilaufgabe. Bevor wir zu Generics kommen, müssen wir eine kleine Vorarbeit machen, sogenannte Rapper-Klassen. Was ist ein Rapper? Das ist etwas, wo man etwas einrappen kann, also etwas anderes einkapseln kann, wenn man so will. Sie sehen hier bei dieser Gegenüberstellung, zu jedem primitiven Datentyp gibt es eine eigene Rapper-Klasse. Die sind alle von einer gemeinsamen Basisklasse namens Number abgeleitet. Sie sehen hier die wesentliche Aufgabe, jede dieser Rapper-Klassen bietet die Möglichkeit an, zum zugehörigen primitiven Datentyp einen Wert in einem Objekt zu speichern. Das heißt also, wenn wir hier ein Objekt anlegen von einer Rapper-Klasse, dann ist der Normalfall, dass wir im Konstruktor einen Wert des zugehörigen primitiven Datentyps auch dort schon hineinschreiben. Und der ist dann einfach ganz normal als ein Attribut eingekapselt und lässt sich dann mit den entsprechenden Methoden wieder auch herauslesen. Also bei Klasse Byte eben Byte-Value, bei Klasse Character Char-Value, bei Klasse Short Short-Value und so weiter und so fort. Also nichts irgendwie besonders Schwieriges. Wir brauchen das jetzt aber nur aus dem einen einzigen wichtigen Grund, den wir noch später sehen werden, weil Generics nur auf Referenztypen funktionieren, nicht auf primitiven Datentypen. Und weil man das aber auch trotzdem gerne auf primitiven Datentypen haben möchte, hat man sich dafür entschieden, die so ins Spiel zu bringen, dass sie eben durch Frepper-Klassen mit in die Welt der Referenztypen hineinkommen. Und bei der Gelegenheit hat man gleich die Möglichkeit genutzt, auch wichtige Klassenkonstanten, die wir schon gesehen haben, in diese Frepper-Klassen mit hineinzutun. Und damit sind diese Namen, die Sie jetzt hier sehen, die wir schon des Öfteren verwendet haben, endgültig geklärt, was es damit auf sich hat. Frepper-Klasse, Klassenkonstante. Ein wichtiger Punkt, ich hatte gesagt, es geht darum, die primitiven Datentypen in die Welt der Referenztypen hineinzubringen. Und das möchte man möglichst ohne Reibungsverluste sozusagen machen, also mit möglichst wenig Primborium beim Hinschreiben. Deshalb hat man sich dafür entschieden, hier noch eine Möglichkeit, einen Sonderfall einzuführen, ähnlich zu dem, was wir schon bei Classestring gesehen haben. Bei Classestring haben wir gesehen, man kann einfach ein String-Literal auf die rechte Seite schreiben und links ein String. Und das funktioniert dann genauso, als wenn wir NewString mit dem Literal als Parameter des Konstruktus gemacht hätten. Das geht bei Frepper-Klassen und primitiven Datentypen auch. Genau so, das nennt sich Boxing und auch die umgekehrte Richtung, System-Out-Print erwartet, ist überladen, erwartet hier eigentlich ein Int. Also es gibt eine Methode Print von System-Out mit Parameter, mit formalen Parameter int. Es gibt keine Methode Print von System-Out mit Parameter vom formalen Typ Integer mit großem i. Was hier passiert ist, der Compiler erkennt bei der Übersetzung bzw. bei der Überprüfung schon, aha, hier ist ein Integer. Es gibt eine Methode Print mit Int, das passt zusammen, also wird hier automatisch das, was wir eben gesehen haben, Int-Value, eingesetzt bei der Übersetzung in den übersetzten Code hinein. So, dass also dieser Wechsel zwischen den beiden Welten fast nicht mehr sichtbar ist. Gut, jetzt können wir zu generischen Klassen erstmal kommen. Wir haben generische Klassen und generische Methoden, jetzt erst einmal generische Klassen. Hier sehen Sie ein Beispiel, eine Klasse Par, Englisch Pair, die eigentlich ganz normal gebildet ist. Zwei Attribute, die eben das Par bilden mit ihren Get-Methoden und Set-Methoden. Ich habe die jetzt nur für das erste Attribut hier hingeschrieben, analog das zweite Attribut und mit einem Konstruktor noch. Der einzige Unterschied zu einer normalen Klasse Par, wie Sie sie bisher kennen, ist der, dass die Typen der beiden Attribute offengelassen sind. Und damit natürlich verbunden auch die Typen Rückgabe-Typ bei Get-Attribute und Parameter-Typ, formaler Parameter-Typ bei Set-Attribute, entsprechend beim Konstruktor. Sondern stattdessen wird hier oben in spitzen Klammern angezeigt, dass es zwei Platzhalter für Typen gibt, T1 und T2, die dann bei der Einrichtung eines Paares dann erst festgelegt werden. So dass sie also bei verschiedenen Paar-Objekten und Paar-Referenzen dann auch verschieden festgelegt werden können. Ein Beispiel sehen Sie hier schon unten. Also der wichtige Punkt ist natürlich die letzte Anweisung hier. Für T1 setze ich hier Integer ein und für T2 setze ich hier Double ein. Das ist jetzt ein echter Typ. Das hier ist nur so etwas wie eine Schablone für einen Typ. Das Schablone kann man im Englischen Template nennen. Tatsächlich finden sich andere Programmiersprachen wie C++, in denen Generics auch Templates genannt werden. So, zurück. Das ist jetzt ein echter Typ. Ein Paar bestehen daraus, dass das erste Attribut vom Typ Integer ist und das zweite Attribut vom Typ Double ist. Damit kann ich eine Referenz einrichten, wie hier in der vorletzten Zeile und entsprechend ein Objekt in der letzten Zeile. Und ich habe die beiden Parameter so gewählt, dass es alles zusammenpasst. I vom Typ Integer, D vom Typ Double. Hier in dieser Schablone eben vom Typ T1 und vom Typ T2, das passt alles zusammen. Also überall, wo T1 steht, in der Definition der Klasse Pair, können Sie sich dann jetzt hier Integer vorstellen. Wo T2 steht, können Sie sich Double vorstellen. Das heißt also, diese Referenz Pair hat eine Methode, beispielsweise SetAttribute1 mit Typ Integer und SetAttribute2 mit formalem Parameter Typ Double. Und hier sehen Sie nochmal die beiden Methoden angewandt. GetAttribute, SetAttribute, nur fürs Attribut 1. Es muss halt wieder zusammenpassen, dass das der erste Typ Parameter Integer ist. Das geht natürlich auch, es müssen nicht zwei verschiedene Typen sein. Es geht natürlich auch mit dem selben Typ zweimal, also sozusagen ein homogenes Paar, bestehend aus zwei Attributen vom selben Typ. Das ist egal. Klassenmethoden machen bei dem Spielchen von vornherein gar nicht mit. Klassenmethoden, selbst wenn die Klasse generisch ist, sind ganz normal, wie Sie das kennen. Wir kennen schon von anderswoher aus früheren Videos beispielsweise solche Interfaces aus der Java-Standard-Bibliothek wie IntPredicate, LongPredicate, DoublePredicate. Wir hatten auch irgendwelche IntFunction, DoubleFunction, LongFunction und so weiter und so fort. Die gibt es einmal in dieser Form, wie wir sie kennengelernt haben, aber dann nur für ausgewählte Datentypen, primitive Datentypen. Int, Long und Double sind die, soweit ich das überblicke, für die das jeweils hier realisiert ist als ganz normales Interface, von dem man ganz normale Klassen ableiten kann. Aber es gibt auch die Variante, dass das Interface, also wir sehen bei der Gelegenheit für Interface funktioniert das alles genauso wie für Klassen, mit der Genericität, dass es auch ein Interface Predicate gibt, von dem man dann auch generisch ableiten kann. Irgendeine Klasse, mein XY Predicate vom Typ T, also wenn wir da eine Klasse implementieren, kann immer noch der Datentyp offen bleiben, immer noch der Platzhalter sein. Und ja, man nimmt generell aus Bequemlichkeit, aber auch, man darf vermuten, dass so ein IntPredicate hier oben auch schneller funktioniert als diese generische Variante. Gibt es keine Garantie dafür, aber es ist sehr wahrscheinlich. Aber natürlich auch zur Bequemlichkeit, wenn man tatsächlich mit primitiven Datentypen für Int arbeitet, dann ist es doch nochmal einen Ticken bequemer, wenn man direkt mit IntPredicate arbeitet, als wenn wir hier das Ganze hier mit dem Wrapper Integer machen würden. Aber wenn wir ein Predicate, ein Prädikat schreiben wollen, eine Klasse schreiben wollen, die für alle möglichen Datentypen funktionieren soll, nicht nur für Int oder für Long oder für Double, dann können wir da mit oben natürlich gar nichts mehr anfangen, dann müssen wir das hier unten verwenden und schreiben es einmal und dann funktioniert das Prädikat für alle möglichen Datentypen. So, jetzt eben haben wir generische Klassen eingeführt, jetzt wie angekündigt auch generische Methoden. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Vor dem Rückgabetyp muss angegeben sein, was die Typparameter sind, denn auch im Rückgabetyp kann es ja sein, dass wir die Typparameter schon verwenden wollen. Dieses Beispiel hier ist nicht besonders sinnstiftend. Es ist einfach nur illustrativ gemeint, dass Sie hier an verschiedenen Stellen sehen, im Rückgabetyp können die Typparameter verwendet werden, so wie hier in den formalen Parametertypen können sie verwendet werden und natürlich auch im Rumpf an den verschiedenen Stellen. Wenn wir jetzt so eine generische Methode aufrufen, dann sehen Sie, dass man jetzt gar nicht spezifizieren muss, dass das jetzt hier Integer und Double oder sonst was ist, sondern durch die Parameter, durch die aktuellen Parameter weiß der Compiler, ja der kann sich ja die formalen Typen dieser Parameter anschauen und weiß der Compiler, er setzt jetzt diese Typen ein als Typparameter der Methode MakePair. Das ist hier im ersten Aufruf, wenn A und B von A und B und im zweiten Aufruf sind es C und D. Das heißt also, wir haben in gewisser Weise zwei verschiedene Implementationen, so ähnlich wie bei Überladung, nur dass es halt ein Automatismus ist, dass wir nicht per Hand wie bei Überladung jede einzelne Methode selbst hinschreiben müssen, haben wir sozusagen hier erzeugt eine Methode MakePair mit Parametern A und B und eine zweite, wenn man so will, automatisiert überladende Methode mit Parametern C und D. Und natürlich kann man das auch kombinieren, Sie können Typparameter von der Klasse und Typparameter von der Methode haben, dann hat also die Methode hier überall beide Typparameter, den einen von der Klasse, den anderen von der Methode und Sie sehen, das ist alles dasselbe, als wenn beide von der Methode gewesen wären oder beide von der Klasse gewesen wären. Der Unterschied ist natürlich der, dass weitere Funktionalität der Klasse Groß-X, weitere Methoden und Attribute und so weiter, dass die mit dem Typparameter T1 was machen können, während T2 nur in dieser Methode hier sichtbar und verwendbar ist. Ja, das sehen Sie hier nochmal, was man damit so konkret machen kann. Hier sehen Sie dann, dass wir da auch verschiedene Varianten haben können. Integer und Double hatten wir schon jetzt öfters mal das Beispiel, zum Beispiel auch Character und Byte. Wir müssen dann nur entsprechend hier die Klassentypen dann da einsetzen. Und hier sehen Sie dann auch noch weitere Beispiele, das oben interessiert uns jetzt weniger, das ist nur die Vorarbeit. Es muss natürlich nichts mit Klasse Number und den davon abgeleiteten Klassen zu tun haben. Wir können zum Beispiel auch String einsetzen und die Klasse Calendar, die Sie schon in Beispielen gesehen haben. Ja, wir können da beliebige Klassen und Interfaces einsetzen. Das funktioniert alles problemlos und wie Sie sehen, kann man sogar Arry-Typen einsetzen. Das funktioniert genauso problemlos. Sind ja auch Referenztypen, wie wir schon gesehen haben. Und hier können Sie sehen den Unterschied. Wir haben einerseits Integer-Double und andererseits Double-Integer. Das sind schon zwei verschiedene Typen. Per Integer-Double und Per-Double-Integer, das ist nicht dasselbe. Kann man nicht gegeneinander irgendwie austauschen oder so. Man muss an jeder Stelle schauen, ob das, was man da jetzt hinschreiben will, ein Pair von Integer-Double oder ein Pair von Double-Integer ist. Wenn man da Fehler macht, wird es einem der Compiler wieder Fehlermeldungen geben, zum Glück. Und Sie sehen, dass auch so ein Typ-Parameter wiederum selber ein generischer Typ sein kann. So wie hier und so wie hier. Was wie gesagt, oder was zumindest angedeutet schon war, ist, primitive Datentypen gehen nicht als Typ-Parameter. Das ist ein Unterschied zu vielen anderen Programmiersprachen, zum Beispiel C++, wo es keinen Unterschied gemacht wird zwischen primitiven Datentypen und Referenztypen. Wir werden gleich nochmal gesammelt, gegen Ende sehen, was es damit auf sich hat, woher das eigentlich kommt. So, worauf man achten muss, ist hier, schauen Sie mal hier, da ist nichts Generisches mehr drin in diesem kleinen Beispiel, gar nichts mehr. Also, hier ist zwar eine ursprünglich generische Klasse, Pair von T1 und T2, aber dadurch, dass wir T1 und T2 instanziiert haben, man nennt das Instanzieren, dadurch, dass wir T1 und T2 instanziiert haben mit echten Klassen X und Y, also keine generischen Typ-Parameter mehr vorhanden, dadurch ist das alles jetzt ganz normal, wie wir es bisher hatten, nur dass dieser Typ halt hier ein bisschen komisch ist. Also, so wie wir es jetzt zum ersten Mal gesehen haben, aber das ist jetzt ganz normaler, nicht generischer Java-Code. So, wenn wir uns hier also festgelegt haben, in der Methode M hier beispielsweise, dass das ein Paar von X und Y sein muss, dann dürfen wir nicht ein Paar von X oder Z oder von Y oder Y reinsetzen, auch wenn Y und Z von X abgeleitet sind. Ja, bei diesen formalen Sachen müssen wir ganz strikt sein, Paar von XY ist Paar von XY und Paar von XZ ist Paar von XZ und Paar von YY ist Paar von YY. Lässt sich nicht gegeneinander austauschen. Das ist jetzt, da muss man jetzt genau unterscheiden, vielleicht ein bisschen schwierig am Anfang, aber wenn Sie es unterschieden haben, denke ich, wird es klar. Selbstverständlich können hier, kann der dynamische Typ der Parameter jeweils von Y oder Z sein. Das ist okay, wenn hier ein X, ein Groß-X und hier ein Groß-Y erwartet werden, wenn da Referenzen Groß-X und Groß-Y sind von diesem statischen Typ, können natürlich auch Objekte vom abgeleiteten Typen dahinter sein. Aber hier sind wir auf der rein formalen Ebene, ja, Paar von XY, Paar von XZ, Paar von YY auf dieser rein, oder vielleicht könnte man auch sagen, auf dieser statischen Ebene, wo es noch nicht um die dynamischen Typen von Objekten geht, auf dieser statischen, formalen Ebene gibt es keine Möglichkeit, das eine durch das andere zu ersetzen. Hier eine kleine Feinheit, die bei Studierenden, so wie es aussieht, sehr beliebt ist, deshalb wollte ich sie kurz erwähnen, aber ansonsten werde ich sie nicht weiter verwenden, weil sie nur potenziell vielleicht Sachen etwas schwieriger zu erklären macht. Hier in diesem zweiten Zeile kann der Compiler genau daraus schließen, hier aus dem Typ von KleinPair, dass wir hier String und Integer haben. Ja, wir haben gerade eben gesagt, es muss, auf dieser formalen Ebene muss alles exakt gleich sein, das heißt also, es darf hier nichts anderes stehen als String und Integer. Ja, und weil da nichts anderes stehen darf, wie wir es gerade eben auf der letzten Folie diskutiert hatten, gibt es diese Möglichkeit, das nennt sich Diamond Operator, ein bisschen ungeschickt, weil es gar kein Operator ist. Und Diamond, Diamant, ist hier wohl eher zu übersetzen mit Raute, weil es eben wie eine Raute aussieht. Deshalb gibt es diese Möglichkeit der Verkürzung, dass man sich einmal hier die Angabe von String und Integer redundant spart. So, jetzt etwas Neues, etwas, was mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Klausur vorkommen wird. Sie können, bis jetzt haben wir hier die Möglichkeit gesehen, T einfach reinzuschreiben, ja, ein Typ Parameter, ein Platzhalter für den echten Typ. Wir können aber auch einschränken, was für Typen dann tatsächlich diesen Typparameter instanziieren dürfen. Ja, wir können sagen, und so sehen Sie das hier mit T extents X, wir können sagen, T darf nicht jedem beliebigen Referenztyp sein, sondern darf entweder X sein oder irgendein Subtyp von X. Ja, bei Klasse Number zum Beispiel könnte es Number oder Integer oder Character oder Double und so weiter sein, aber nichts sonst. Das sehen Sie dann nochmal hier. Y war direkt von X abgeleitet, Z über Y indirekt von X abgeleitet. Das geht alles, wie Sie sehen, aber zum Beispiel String ist natürlich nicht von unserer eigenen Klasse X abgeleitet. Das ist nicht erlaubt, wenn da T extents X steht, weil eben nur X und Subtypen wie Y und Z von X erlaubt sind. Und hier sehen Sie ein Beispiel dafür, wofür sowas sinnvoll ist. Nämlich genau unser Standardbeispiel wieder, Number und die davon abgeleiteten Klassen wie Integer, Double, Character und so weiter, die Reaper-Klassen. Nämlich, Sie können dann eben Funktionalität hier ansprechen, wie zum Beispiel die Methode DoubleValue, die in Number definiert ist. Und wenn sie in Number definiert ist, wissen Sie ja, ist sie auch in allen Subtypen von Number definiert, sodass Sie also sicher sein können, wenn T eingeschränkt wird auf Klasse Number, dann existiert diese Methode DoubleValue. Und das heißt also, es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht so zu erlauben. Das geht dann eben durch den Compiler einfach durch. Es ist nicht nur die Möglichkeit, das einzuschränken auf eine Klasse und ihre Subtypen, sondern, wie Sie es hier sehen, in dieser Notation mit dem Kaufmannsunter zwischen, eine Klasse plus beliebig viele Interfaces. Ja, nochmal zur Erinnerung, Sie können eine Klasse wie Groß A jetzt hier von einer einzigen weiteren Klasse ableiten, Groß X in diesem Fall, und von beliebig vielen, äh, beliebig viele Interfaces von der Klasse A implementieren lassen. Das geht alles so, das bedeutet also, T ist eingeschränkt auf alle Typen, auf alle Referenztypen, die gemeinsamer Subtyp sind von X in 1 in 2 in 3. Das heißt also, nur Klassen, die X in 1 in 2 in 3 als Supertyp haben, oder identisch zu einem von denen dann jeweils sind, nur die sind erlaubt in diesem Fall. Und das Ganze geht auch ohne eine Klasse, nur mit Interfaces, also T darf nur ein Typ sein, der die Interfaces ins 1 in 2 in 3 als Supertypen hat. So, ein beliebtes, schwieriges Thema, auch durchaus gerne in Klausuren beliebt, ist das Thema Wildcards, dass wir hier beginnen mit einem Beispiel, in dem noch kein Wildcard vorkommt. Sondern das, was wir jetzt in diesem Beispiel hier sehen, das kennen Sie im Prinzip alles von den vorhergehenden Folien. Wir haben hier ganz normal, das ist keine generische Klasse mehr, Groß A, es gibt keine Typ-Parameter mehr hier drin, wir haben ein Parameter, nicht von irgendeinem X von T oder so etwas, so wie hier oben, sondern ein Parameter von X mit einer festen Instanzierung Number. Das heißt, X von Number ist der feste, nicht mehr generische Datentyp, formale Datentyp vom Parameter klein n. Das ist der wichtige Punkt an dieser Stelle. Und manchmal möchte man gerne die Möglichkeit haben, an dieser Stelle doch den generischen Typ wie hier Number ein bisschen zu variieren, aber trotzdem weiterhin eingeschränkt, eingeschränkt, das werden wir gleich sehen, entweder auf Number und die Subtypen von Number oder eingeschränkt auf Number und die Sybotypen von Number. Beides geht, beides werden wir uns jetzt nacheinander ansehen. Das ist das erste, eingeschränkt, der formale Typ des Parameters klein n ist eingeschränkt auf X von Number und X von allen möglichen Subtypen von Number. Also X von Integer ist erlaubt, X von W ist erlaubt, X von Character ist erlaubt und so weiter und so fort. X von String beispielsweise ist nicht erlaubt. Und das erlaubt es auch hier wieder, also die Klasse ist nicht generisch, die Methode ist auch nicht generisch, wollen wir gar nicht haben, brauchen wir gar nicht, nur dieser Parameter eher ist generisch und erlaubt wieder dasselbe, wie wenn die ganze Methode oder die ganze Klasse generisch wäre, nämlich, dass wir hier Funktionalität verwenden können, die in Number definiert ist und damit auch in allen Subtypen von Number definiert ist. Und wir können, wir haben jetzt eine Methode, die kann, da können wir als Parameter reinstecken, ein X von Number oder ein X von Integer oder ein X von Character und so weiter und so fort. Dieses, dieses genaue, diese genaue Passung der Typen auf dieser formalen Ebene, die wird an dieser Stelle erlaubt, da wird es an dieser Stelle erlaubt, das in kontrollierter Weise durchaus ein bisschen aufzuweichen. Also, das ist ganz wichtig, das kann man leicht verwechseln, beziehungsweise, wenn man sich das, was auf dieser Folie steht, nicht hundertprozentig genau klar macht, dann wird man das immer wieder verwirrend finden und im Zweifelsfall, wenn man damit zu tun hat, dann auch nicht so richtig klarkommen, was ist jetzt was. Dabei ist die Unterscheidung eigentlich ganz einfach, das sehen Sie hier. Das eine ist mit einem Groß-T vorneweg, ist, wenn die ganze Methode generisch ist, mit Platzhalter T, der dann halt überall in der Methode auftreten kann, beim Rückgabetyp, bei den Parametern, im Rumpf. Und hier ist es in dieser Formulierung mit dem Fragezeichen, ist es nur dieser eine Parameter innerhalb der Methode, der generisch ist. Und sonst nichts an dieser ganzen Sache. Dafür gibt es auch noch eine Kurzform, wenn da nicht steht, so etwas wie ExtentsNumber oder Extents irgendeine andere Klasse oder irgendein Interface, sondern einfach nur das Fragezeichen ohne Extents dahinter, dann ist es halt dasselbe wie ExtentsObject. Ja, das sehen Sie hier. Sie können die Funktionalität benutzen, die in Klasse Object schon definiert ist und die dementsprechend auch in allen anderen Klassen definiert ist, automatisch. So, das war jetzt das erste Einschränkung eines Parameter-Typs, eines formalen Parameter-Typs, auf einen, auf einen Typ, auf einen Referenztyp und alle Subtypen, jetzt umgekehrt auf einen Referenztyp und alle Supertypen. Das sehen Sie hier. Anstelle von Extents heißt es dann eben Super. Und Sie sehen hier eine konkrete Situation, wo so etwas durchaus sinnvoll ist, nämlich, wenn Sie sich das hier angucken, wir rufen eine Methode auf, hier, Methode M1, die wollen wir aufrufen mit einem Objekt von der Klasse Double. Dann kann diese Klasse, äh, dann kann das, dann funktioniert das Ganze nach unserer Logik mit statischem und dynamischem Typ. Ja, der dynamische Typ ist gleich dem statischen Typ oder ein Subtyp des statischen Typs. Dann funktioniert es zum Beispiel, wenn der formale Typ hier ein Number ist. Und es funktioniert auch mit jedem Supertyp von Number. Das heißt, da gibt es dann keine Lücke in unserem System, der dynamische Typ, wenn Sie sowieso was hinschreiben, ist der dynamische Typ tatsächlich ein Subtyp von dem formalen Typ an dieser Stelle. Und diese Beispiele sind nicht willkürlich gewählt, sondern die sind schon sehr sinnvoll. Ich will jetzt hier nicht in die genaue Diskussion hineingehen, warum das so wie hier diese Empfehlungen so und nicht anders sinnvoll sind. Sie sind auf jeden Fall sinnvoll, auch meine Meinung, nicht nur die von Oracle. Okay, die Meinung von Oracle ist vielleicht wichtiger als meine Meinung. Wir hatten zuerst für Extents ein Beispiel für ein In-Parameter, das heißt also für etwas, was wir in der Methode dann lesend nutzen und haben festgestellt, dass das ein gutes Beispiel ist, wo das mit Extents eine gute Idee ist. Und jetzt eben auf der letzten Folie mit dem New Double hatten wir ein Beispiel für ein Out-Parameter, also für etwas, was wir von der Logik her nicht lesen, sondern schreiben, was wir verändern und haben da gesehen, dass das ein gutes Beispiel ist, um Super anzuwenden. Wenn jetzt etwas In- und Out-Parameter ist, ja, dann wäre sozusagen die Empfehlung, die Schnittmenge zu nehmen zwischen den Typen, die durch Extents möglich sind und den Typen, die durch Super möglich sind. Und was übrig bleibt in der Schnittmenge, ist der eine Typ selber. Und auch bei Rückgabe gibt es aus Gründen, die jetzt hier zu weit führen würden, die Empfehlung, da auch auf solche Wildcards zu verzichten. So, wir kommen jetzt zum Schluss dieses Videos. Hatte ich ja kurz angedeutet, es gibt etliche Einschränkungen von Generics, die es in anderen Programmiersprachen, wie beispielsweise C++, so nicht gibt. Ein Beispiel hatten wir schon gesehen. Der erste Punkt auf dieser Folie, keine primitiven Datentypen. Der Grund dahinter ist der, dass Generics sehr, sehr spät in Java eingeführt worden sind. Zu einem Zeitpunkt, als alle wichtigen Entscheidungen, grundlegenden Entscheidungen für Java, vor allem für Java ByteCode und die Java Virtual Machine, getroffen worden sind. Und man hätte auch tatsächlich diese Einschränkungen, die Sie hier aufgezählt sehen, vermeiden können. Das hätte aber erfordert, Java ByteCode und Java Virtual Machine nochmal zu ändern. Und man hat sich dafür entschieden, das auf keinen Fall zu machen, weil schon Abermillionenprogramme darauf vertrauen, dass Java ByteCode, Java Virtual Machine und Java insgesamt so aussehen, wie sie halt aussehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.